Ja, kann man machen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch bei Dragoman Hunter und... Ach, ich hab's, Drago! Vielleicht, ich kann... Ah, cool! Na, eigentlich darf ich auch was halten. So, ich hab wieder irgendwas bekommen. Keine Ahnung, ich lese es ja eh nicht. Du kannst mich aber mal zur Gruppe hinzufügen. Okay, ähm... So, da ist mein Hungerhappen. Ist jetzt in meiner Party drin. Äh, wie füge ich dich denn hinzu? Komm mal, äh, zum Brunnen runter. Also, ich bin an diesem Brunnen mit den 3 Schwertern. Brunnen mit 3 Schwertern. Gleich mal schnell andere Dinge wechseln. So, Brunnen mit 3 Schwertern. Ist da oben noch, ne? Äh, ist ganz im, äh, Osten. Da in dieser Rundung. Ah, ich seh ihn schon. Seh dich auch. Ah, da weit wird. Nein, da bist du. Ah. Okay, äh, Invite. Confute. Okay, Add as Friend. Look at that! A new Invite! Yes, wir haben einen Invite. Confute. Okay, gut. Äh, ich soll zu nem Harris gehen, um ne Quest zu completen. Ja. Lauf grad rüber. Also, wenn ich jetzt in so ne Instanz rein geworbt würde, äh, warte ich dann auch? Äh, wirst du dann auch, oder bekommst du dann auch ne Einladung oder? Äh, what'll it be? Ja, ich bekomm auch ne Einladung. Okay. Oh, ich seh dich. Ich möchte da jetzt irgendwas mit ner Herausforderung so ein bisschen machen. You got a new formula? Awesome! Ja. What'll it be? Ach, jetzt soll ich was craften? Äh, to craft a new set of powerful gear. Mhm. Okay, dann krieg ich da einmal auch craften, ne Waffe. Na schön, dann soll ich irgendwie... Wahrscheinlich das komplette Close-Gedöns auch craften, oder? Oder musst du selber entscheiden, was du alles craften willst? Ich mach alles neu, ich hab ja eh noch nicht mal Ahnung genau wo mein... Wird ja alles beschrieben, was du musst machen und so. Ich könnte sie jetzt schon kompleten, aber ich crafte mir einmal alles. Es gibt ja eh Erfahrungspunkte, wenn ich das richtig deute. Ja. Ja, dann Hunter. Das Hunter-Prozent. So, dann einmal wieder zurück. Da seht ich genau mit deinem Flatter-Vieh. Ja. Hä? Das sieht schon ein bisschen arg. Das sieht halt aus wie geklaut aus Final Fantasy, oder? Überhaupt nicht. Da Final Fantasy 7, das Rait hier. Ne. Lieber mir, du wirst schon verletzt. Portal, ne? Ist diese richtige Szene? Ja, für irgendein Portal führt du mich grad hin. Mhm. Klein Portal. Ja, da hinten ist der Flieger. Hm? Du wolltest mal, Andy. Also was ich gut finde am Spiel, das muss ich eben... Äh... Wo musst du da hin? Ja, ja, ich port grad rein. Welches davon? Ähm, das... Ach, ich dachte du kriegst, du musst dann direkt auch hin. Nee, ich bin bei den gefordert worden, wo du bist. Aber wo bist du? Ähm... Wie heißt die? Du siehst du immer oben rechts. Da kommt grad ne Cutscene. Äh, Level 13 Burning Rush. Ja, aber wie heißt... Gegen, wo du bist? Es steht dran, oben Burning Rush, Level 13. Hab ich nicht zur Verfügung. Okay, ich denk ich wird's... Ich hab nur Range, Ape, Bay und äh, Cleave. Blade. Also das ist... Oben rechts neben dem Challenge steht einmal Elv... Elvinton... Minus eins finde ich hier. Da muss ich mir halt sagen... Weil Burning... äh... Ding... Na? Ja? Ah, die Krabbe krieg ich dann aber anders. Ja? 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 Ich bin zum Gate und vorgekommen. Ich bin zum Gate und vorgekommen. Ich bin hier aus. Ich bin hier aus. Ah, nee, das ist Hangarhorn. Oh, jetzt ist ein Abort von mir. Oh, jetzt ist ein Abort von mir. Oh, hier ist ein Abort. Und ich bin... The End. Ich bin... Crusade baitst du nicht? Oder? Äh... Watt, watt, watt. Kann ich hier nicht ne Map? Watt, ich bin am Checkpoint wieder zurück. Also... Aberst du nicht? Äh, watt, watt, watt. Ach nee, das ist immer noch dieser Checkpoint. Also das heißt hier Burning Rush... Ah, ich seh' dich! Lauf mal schreck hoch, schreck hoch. Also schreck nach Nordosten. Da hab ich die Karte auf der Karte gesehen. Direkt nach Osten. Ja, jetzt, jetzt schreck hoch. Nach Osten. Sieh' mich nicht da oben. Der Punkt. Will ich gerade echt nicht. Also da ist ein roter Punkt, der sich bewegt. Ach, das ist ein Gegner. Ups, Entschuldigung. Ah, wunderbar. Ey, ich dachte, das bist du. Ich bin ein blauer. Also die Zonen-Karte heißt... Äh... Abysal Crap Destination steht da nur dran. Das ist auf der Karte... Also unten, da ist die Stadt. Äh, Falcon Lina Wirth. Lenas Companion Lea Clapton. Steht da auch dran. Was ist das für ein Gebiet? Also... Es gibt ja... So Strand... Strand Palmen. Strandgebiet. Strand und Palmen. Dann ist es Crusade Bait. Ja. Wenn es mich hier richtig täuscht. Muss ich die hier auf der Karte sehen. So... Ich leg mir erstmal die Heiltränke rein. So... Mastercrafting. Cannot be used in combat. Minus Height. Da haben wir ne Step Attack. Minus so ne Drennkutzig. Ne, die sind alle schlechter irgendwie. So kriege ich hier keine besseren Sachen. Da, der ist besser. Hau rein. Hat er den jetzt erst... Was musst du denn jagen? Also... Ah, hier die... Diese Krabben. Krabben? Muss ich kurz gucken, wo du bist. Da sind die Krabben. Ja, ich gucke... Ich lege hier gerade mir gerade noch ein besseres Equip an. Damit ich noch mal sterbe. Beziehungsweise ich lege mir auch mal die Heiltränke rein. So, ich habe es angelegt. Und dann renne ich wieder runter zu dieser Krabbe. Runter zur Krabbe. Ja, Abüserle Krabbe. Minus Height. Ich steh grad hin. Oh, so war die Krabbe. Das ist ja wieder. Ah, flüchtet. Küschig. Oh, so war die Krabbe. Oh, das ist ja wieder runter. Oh, flüchtet. Pflichtet. Küschig. Oh, flüchtet. Achso, du bist sozusagen in einer Dungeon, wo ich nicht hinkomme. Das ist sozusagen noch das Tutorial leicht. Irgendwann muss ich hier nicht machen, heißt alles in meinen... Na? Hier ich komme! Ach doch, so können wir es nicht vor allem. Hier ich komme! So, die Krabbe ist weg. Und ich soll die... Jetzt kommt irgendein Geräusch. Ach, jetzt bekomme ich die als Raid hier oder was? Wenn du Glück hast, ja. Das sieht echt danach aus. Ja! Hast du die Krabbe bekommen oder was? Ich scheine die Krabbe als... Ich weiß es nicht, ob ich sie jetzt... Ja, er rätet noch auf der anderen. Also gerade eben hat er auf ihr geritten. Moment... Ich muss nur unten auf die Leiste ziehen. Moment, wo ist es denn? Äh... Quest-Charakter-Backpack. Äh... Die Shell... Die Shell... Crab Shell... Wo finde ich die, wenn ich sie habe? Mal umkreist es sie. Ich komme noch nicht ganz klar mit dem Spiel. Achievements... Nee... Die ist unter Backpack... Ja... Und im Backpack-Menü müsste sie irgendwo sein, die Krabbe. Ganz einfach. Breckis-Sattel. Da musst du rechts-Click-Off machen auf die Krabbe. Und dann unten in die Leiste ziehen. Nee, ich habe sie nicht bekommen. Die war wohl offenbar nur halt eben. Das war nur Geschichte. Ah... Okay. Okay. So, ich reise wieder rüber zur Seherin. Zur Seherin? Ja, Sier... Delfia. So, ja, wieder bei einem Grund mit den drei Spartern. Und ich habe ein Level-Up. So, und jetzt soll ich... Ich soll wieder zu Crescent Bay gehen. Und ich soll dann die Agatha treffen. Jetzt musst du zu Crescent Bay. Ja, genau. Ja. Und dann müsstest du mich ja nachher sehen. Ja, ja. Okay. Also, ich lauf hin und bin jetzt bei... Äh... Ich soll Agatha treffen. Genau. Und ich soll eine Harmony Shell abholen. Ja. 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 Ich zeig mich mal alles an. Ja. 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 Ich hab hier... like the wind click on quest item moment jetzt gucke ich gerade mal habe ich sie jetzt noch rein im tutorial bist du zu mir kommt jetzt noch ein bisschen ach stimmt ich habe ich habe jetzt die die schildkröte hier nicht schildkröte hier die krabbe so wo ist der nächste punkt und jetzt habe ich noch einen pizzerum gedöns hier aktuell bist du noch ein bisschen schildkröte also bekommst du trotzdem ein bisschen mehr an exp aber wenn du in einer grobe bist dann bekommst du mehr exp so zurück zum valley was ist jetzt ja 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 so ich habe ein neues arcan ich habe jetzt einen neuen skill bekommen so du zufrieden mit mir und ich möchte mich immediatel die Wurpen. So, ich habe halt echt keine Ahnung was ich hier gerade mache. Nächste Quest soll ich... Also es sieht nett aus. Es wird sicherlich einigen gefallen. Also nachdem ich Minions Paradise gespielt habe, muss ich sagen, unterscheiden sie sich jetzt nicht großartig. Es ist auch nur klickt das was gerade klicken ist. Du spielst halt immer die falschen Spiele. Ja, ich sehe sie auch. Ne, irgendwas mal wieder mit... Deswegen würde ich dir auch nie zutrauen, dass du auf die Video Xenoblade wirst zulegen. Und was ist das? Ein gutes Spiel. Okay. So, was soll ich denn jetzt hier machen? So, ich habe eine Flasche Wasser und jetzt soll ich Babys abschlafen, richtig? Ja, ich habe eine Flasche. Ja, ich habe eine Flasche. Ja, ich habe eine Flasche. Ja, jetzt bist du auch. So, ich habe eine Flasche. Ja sicher, jetzt bin ich... Jetzt sehe ich dich sogar. Jetzt kriege ich dich sogar auf der Karte. So. Reward time! Reward time! Choose wisely, Hunter! Und was soll ich denn großartig? Ich habe nur eine Auswahl. So muss man nichts großartig. Ah, das ist so gewesen. Ah, jetzt kommt er. Ja. Ich soll den Kot eingeben. Hehe. Das hat sich doch. Und ich habe eine Minute Zeit zum... Ja. Ja. Here I come! Ach, here I come! Hier I come! Aha! Here I come! Meinen geht es so schnell wie ich hier umsteige? Ja, guck mal wo ich bin. Ich bin hinter dir. Echt? Ja, ich hilf dir aber immer ein bisschen am Leveln. Ach, das ist lieber von dir. Look for faith to the north, und jetzt look for faith to the south. Und was musst du machen? Suchen, ne? Ja, ich soll irgendwas suchen, und jetzt mit Omi wieder reden. So, keine Ahnung was der schon wieder hat. Hier, sein Stuhlgang scheint komisch zu schmecken, weil der hofft so rum. Skippe! Und jetzt soll ich wieder irgendeinen Boss umbringen. Defeat August? Irgendwas? Ne, Adult Wingus. Ach, nachdem ich gerade eben die Abflachen habe. Wo muss ich jetzt? Hier ist die Opa drauf. Ja. Drei Stück abschlachten. Ja. 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 Hier bin ich. Ja. 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 komm so wie viel adult wingers und schon level 14 das bist du 16 18 so es gibt ein nächstes ich muss nicht mal irgendwie großartig hier kommen die Leute passt auch rein nächstes top two chairman wieder Mein Vieh hat mehr HP als ich. Du, ich lass mein Vieh auch irgendwie komplett für mich. Ich bin noch 4.610 und mein Vieh hat 8.734. Wow. Das ist das Doppelte. Muss ich den Hungerhappen eigentlich auch dann irgendwie skillen? Das skillet sich von alleine. Musst du dir keine Angst haben. FHP crit. FHP crit. Aber alles nicht so gut. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Ja jetzt bin ich zurück in der Stadt und jetzt schlägt er mir vor, möchte ich nicht in die Hunters Liga und an Bord hier noch ein paar Quests abholen. Da ist sicherlich irgendwas daily mäßig für mich dabei. Ich soll nicht meinen Einfluss in der Hunters Liga machen. Geh es einen Schritt an der Zeit. Ja. Ach, und dafür gibt's äh... Bounties, die ich machen kann. Okay. Ja, hau rein. Hau rein, nächste. Nehmen wir. Ach so. Ach, ich kann die Quests alle annehmen. Ja. Ja. Okay, hauen wir alle rein. Ach, isn't the weather today just ideal? Ach so. Ja, hab ich gemacht. Du musst mir nur sagen wo du wieder hin musst. Ja, ich komm jetzt wieder zurück zur Bay. Lass mich raten. Du musst äh Rhinos und äh Reptines besiegen. Äh ich hab nur äh Rhinos hab ich, muss ich so nicht machen. Sechs Stück. Aber das geht ja alles, also dadurch, dass es wirklich so ein Asia Grinder ist. Aha! Hier ich komm! Oha. Oha. Hast du dich schon mal riskiert? Ja. Ich lauf einmal auf Attack rein. Aha! Dann nicht mehr. Nööööööööööö. Du, ich spiel grad so schnell hier. Aha! Hier ich komm! Oh, ich hab' einen Reisen, kaum will ich es haben. Was hast du bekommen? Ja, du musst herkommen, dann kannst du das einnehmen. So, erstes, start another quest. Konfirm. Ah, jetzt muss ich die fetten Wingos hier machen. Hier komme ich! 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 So, bin ich wieder! Ja, du hast die Mission Fate on the Land. Ja. Das ist auch eine Einzug-Quest, wo du selbst machen musst. Oh, schade. Ja. Da hat er Level 15 gehabt. Alles verrückt. Hier komme ich! Hier komme ich! So, start another quest. Nächstes, Otto schlachten. Ah, hau rein. Level 13, Otto schlachten? Ja. Ja. Auch wieder eine Einzel. Ah ja, sorry. Alles gut. Ah, da oben ist es. Oh, mein, mein Backpack ist zu voll. Ja. Ich muss da halt mal Sachen ausrichten vielleicht. Hier komme ich! Your Backpack's about to burst! Hey! Your Backpack's about to burst! Oh, was kann man denn wegschmeißen? Oh, hau weg. Kacke. Oder du gehst kurz zu einem, ähm, gehst kurz zu einem, wo, äh, vielleicht, äh, ja, wo dir verkauft und du kannst, äh, Hey! Your Backpack's about to burst! Du musst kaufen. Ne, klar. Aber ich mach mal schnell die Quest hier vor dir und dann... Here I come! Here I come! Und das läuft gerade so gut mit den Ottern und ich muss auch nur noch zwei Stück machen, hier. Ja. Durch da irgendwie ein bisschen Spaß. Ja, ein bisschen, also, es ist, das absolute Brainer ARK ist es natürlich perfekt so. Du musst wirklich nur dieses machen wollen. Du klickst an der Seite, du klickst deine Fähigkeiten und dann klickst du auch, ja. Here I come! Ich weiß nicht mal, worum es bei der Geschichte jetzt gerade geht. So. Also einfach. Zwei Königreiche, äh, zwei Königreiche. Und die versuchen halt den größten Herrscher, wo... ...Ruggenlons versucht zu, äh, entführen. Versuchen sie aufzuhalten. Hast du ja im Trailer den riesen Drachen gesehen, ne? Ist einer davon. Ach, da hinten ist ein Händler. Jetzt sehe ich einen. Ich hab noch nicht mehr Ahnung, wie man richtig läuft hier. So. At your service! Äh, ja. Open Auction. Ach so. Ach, das ist ein Auktionshändler. Oh, kleiner Tipp, äh, wenn du, ähm, wenn du skills am Anfang geh einfach auf Angriff und ein bisschen HP. Mhm. Ja, dachte ich mir schon. So, bye, aber ich will sellen. Äh, was ist dieses... Einfach auf das gewünschte Item echtes Glück machen, wenn du bei einem Händler bist. Okay. Mach ich grad mal. So. Gucken wir mal. Also, das hier wird auf jeden Fall verkauft. Da muss ich erst gucken, was drin ist. Minus... Minus... Das ist meine Krabbe, die will ich schon noch behalten. Äh, Gender Female bin ich. Das ist eh nicht. Das kann man verkaufen. Hau weg die Kacke. So. Oh, ich hab jetzt noch ein paar Sachen. So. Okay. Dann würde ich mich jetzt noch ausstatten. Charakter. Ach komm, eh nicht. So. Der ist... Ja. Ach, das sind wieder Steine um rein zu hauen. Ja. Komm, hau rein. Ist das mein... Ist das mein... Ah, jetzt habe ich zweimal... Zweimal die Krabbe bekommen. Ja. Ich würde sie trotzdem immer auf behalten. Ja, ja, du. Da wird nichts wegschmissen. Ja. So. Arcanist Crips. Und was ist das? Entschuldigung, Freund. Du kannst das nicht benutzen. So. Okay. Ähm. Dann tue ich die mal in mein Bankschließfach rein. Halt. Oh, Mädels, stört euch doch nicht. Ja. Gut. Tschüss, Cosmic. Wenn du auch viel lang gehst. Ciao, Cosmic. Ciao. So. Den nehmen wir noch mit rein. So. Warte, diese Viecher sind echt nicht lustig. Ich geh grad zurück ans... ans Paladin-Board. Oh, es ist dich. Perfekt. Warte. Äh. Ach, da war's. Wo die Gelbe ist. Okay. Okay. Nehmen wir den Nächsten fest. Die Shells. Okay. Ich soll irgendein Kapitän... Ich soll irgendein Kapitän... Halt. Oh. Na, lass mich grad nicht. Ich muss hier irgendwas durchsuchen. Na? Ich glaub, die muss ich eh gleich noch töten. Die Teile hier. Ah, ja. Defeat 12 Reptile. Oh mein Gott, das hat noch... Hier kommt. Hier kommt. Nein, nehme ich den. Uiuiui, hab ich hier Hammer drauf. Hier kommt. Da ist noch irgendwas, das ich mir anschauen kann, Gathering. Okay, jetzt kommt sogar mal wenig ein bisschen Entscheidungsfreiheit drauf. Ja. Ja. What the hell? Ja. 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 Ja lesef. Ja. Ja, schon 15. So, ich habe License to Hunt, habe ich. So, jetzt gehe ich zu Wedel. Ja, es geht ja schnell. So, und schon bin ich an der Ecke hier hängen geblieben. Bist du dann bitte jetzt an einer Ecke hängen geblieben? Ja. So, jetzt soll ich mit Chairman reden. Ja, er blieb gerade irgendwie an der Ecke hängen hier. Beim Laufen. Kann es aber auch nur mit ihr passieren. Ja, schon wieder, schon wieder. Dann laufe ich einmal drum rum. Dann kann ich wieder draufklicken und... Dragomonas! Das Problem jetzt noch nicht. So, jetzt soll ich mit Dart herreden. Da auch immer, der gerade ist. Ne, da war so eine absteckende Ecke und ich bin halt mit dem... Ja, da ist Günther. Jungen. Äh, bin mit dem Augenglied dran hängen geblieben. Dragomonas! So. Dragomonas! Ach ja, nur ein kleiner Tipp. Ähm... Ja? Sozusagen bist du eigentlich, äh, mit dem Hunter Level schneller auffährt als mit dem, äh... Ja, normalen Level. Ja, normalen Level. Äh... Ja, normalen Level. Also nicht zu wundern. Dein Hunter Level schneller steigt als dein eigenes Level. Ja? Ja, das ist ja bei den meisten von den Asia Grinder, dass der immer 2 Level steigt. Gleichzeitig. Irgendwie... So, da hatte ich ein Hunter Level ab. Schön. Und gleich nochmal in Stärke. So, jetzt soll ich zu irgendeinem Caron Hunter gehen. Und... Und... It burns as a Cape complete. Jetzt... Gehen wir wieder rüber. Skip it. Passt schon. Mal rein. Konfirm. Konfirm. Ja, komm, gib mir die Quest. Und schon wieder Reptilien töten. Das Glück ist da noch nicht da, wo ich bin. Aber so muss... Momentan... ...muss ich, äh... ...Wasser fischen... ich habe sogar im chat angeboten angeboten bekommen sich wieder zu beleben ich habe die drei teile da gleich auf einmal eingriffen ja hast du dich die überhaupt gilt oder noch nicht richtig mal ein bisschen auf stärke und auf bisschen auf hp was du überhaupt mehr aushält das ist eine sehr sehr gute idee so also ich habe 13 ich habe 13 level punkte zum leveln okay also ich würde sagen was am besten etwa dass du zehn punkte im attack hast und der rest auf hp ja ich hätte jetzt halb halb gemacht würde ich nicht also 10 in 10 in attack ja und der rest auf hp okay von firmen fast show ich kann sie ihre setten ja wenn ich sie mir habe Das heißt, dass er alle abgültig ist. Ja, er hat irgendwie alle abgült. Das ist bestimmt nicht so, dass er die Bewe-Raptieren hat. Komm! Lass mich! So, schon erledigt. Muss ich zu den Reptilien? Ja, schönes Ding. Ah, nein. Muss ich nicht. Autsch. Oh, und ich hab wieder meinen... Ich kann mich nicht bewegen. Nicht genug Backpack. Oh, oh, oh. Es kommen immer mehr Reptilien. Windet. What the hell. Ja, nee, ist klar, ne? Hey, your Backpack's about to burst! Oh, okay. Wow. Oh, da kommt Falcon, der Dämonenmeister. Also, besser gesagt, Mario. Er ist böse. Kein Aways. Ja, ich bin in so einem Spawnpunkt bin ich stehen geblieben. Ah, schönes Ding. Und da kommen immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, richtig. Ja, und du machst das auch. Oh, ich hatte eh kein, äh, Dings, wie heißt. Äh, kein... Ach, halt mal, wie heißt. Kein Platz mehr in meinem Inventar. Ist ja mit Grad gut, wenn ich jetzt Stauben bin, weil dann kann ich hier ganz kurz drüber gehen. Hahaha, sorry. Check Items. So, kann man hier mal wieder ein bisschen verkaufen. Level 15 und Level 15, ne? Beides Level 15. Bei mir? Ja. Ne, ich kann da auf Crit gehen. Kupferall, das kann man verkaufen. Oh, ich hab... Ich hab schon wieder so'n... Ich hab'n Dino hab' ich bekommen. Zwei Dinos. Zwei blaue Dinos. Zwei blaue Dinos. Äh, ne, einen grünen Dino hab' ich bekommen. Ah, die sind meistens nur für den Tag verfügbar. Äh... Available can be raced to Dragonmon, in Dragonmon Ranch. Yep, genau. Lass sie mal auf die Ranch gehen. Ich verkaufe hier meine Sachen noch mal ein bisschen. Das kann man... Boah, das war nicht gut. Bringsens springe ich gerade in eine Gruppe rein, wo sechs Stück sind. Da. Du hast eine neue Formula? Awesome! Du hast eine neue Formula? Awesome! Ich dachte nicht mehr. Wo ist denn die Dragonland Ranch? Oder wo bin ich die denn? Unten rechts steht und es steht da, Ranch. In der... In der... In der Leiste. Äh... Ranch. Backpack. Skills. Quest. Ja. Was steht da? Ranch. Oder? Quest. Social. Guild. Ja. Ranch. Du musst einfach nur auf die Ranch klicken. Ja, ich guck grad wo sie ist. Ah, hier. Ranch. Aber die ist noch nicht... Ähm... Ich muss die Voraussetzungen dafür noch erfüllen. Ja. Okay. Na dann machen wir weiter. Darf ich Fallen aufspielen? Was soll ich halt? Äh... Ja. 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 Mimo, ich darf nicht in diesen Teilen stehen. Okay, das war die Aufnahme. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und morgen schlachten wir dann wieder kleine Babys ab. Bis dann. Ciao, ciao.